Hallöchen und Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 6. Ja, wir haben endlich alles mögliche abgeschlossen, was wir zu tun hatten. Nebenmissionen, ähm, Sachen und so weiter. Und wollen heute uns widmen einem Story-wichtigen Element. Und zwar dem Pathfinder in der Not. Oder in Not. Wir haben Emma und Lynn dabei, äh, Laero nicht, weil er gesperrt ist. Und dürfen endlich sie starten, weil wir alles gemacht haben, was wir machen konnten. Haben ein etwas höheres Level, als wir eigentlich brauchen. Wir sind 22 und wir brauchen eigentlich nur 19. Aber hey, das hat ordentlich Zeit gekostet, das Ganze. Und ich denke mal, das sollte es wirklich wert sein. Parfall in der Not. Harmonization starten! Yay! Endlich, wuhu! Wir haben einen Visitor! Hm. Also, das ist die Story. Ich weiß, es wird dich durch ein bisschen gefährlich sein, aber sie sind fast ausgesprochen. Ich bin ein bisschen überraschend. Pathfinders sollten besser wissen, als dass sie da rauskommen sind. Whose Team ist es? Believe es oder nicht, es Lau's. Really? Lau? Ich dachte, er war ziemlich auf dem Ball. Wenn nur alle organisierten und zusammengekommen sind, wie Tatsu. Lau's ist ziemlich kapabel, wenn er tatsächlich ein verdammt. Wie heißt das? Wie heißt das? Lassen Sie sich der Schlacker aus der Mitte-Mission wandern, verlassen seinen Männern, um das heavy lifting zu machen. Wer weiß, was in der Hölle dieser Junge denken. Wenn er so ist, hat er nicht so etwas über mich gesagt. Vielleicht Muskeln und Moustache schreien Lau weg? Ja, vielleicht. Ich meine... Warte, was hast du gerade gesagt? Well, was ist mit Lau? Sein Team braucht noch unsere Hilfe. Genau, keine Zeit, um zu verlieren. Und danke. Harmonie-Mission. Paarfeinder in Not. Lau's Team, sieh die Vorräte ausgegangen. Finde sie und hilf ihnen. Bringe Vorräte zu Seiden in der Wüste Barbarich in Oblivia. Barbarich klingt wie... ...dies große, fette, böse Monster, was mich mehrfach getötet hat. Das mag ich nicht. Aber bevor wir uns direkt dahin teleportieren, oder in die Nähe davon teleportieren, möchte ich noch gerne einmal kurz mein Miralium abgeben, falls ich überhaupt welches habe, ist die Frage. Ich hoffe, ich habe welches. Oh, Ladezeit. Meine Güte. Haben wir überhaupt welches? Nein, haben keins. Okay, dann war das sinnfrei. Naja. Normalerweise habe ich immer welches, wenn ich neu in Spiele reinkomme, nach ein paar Tagen. Naja, okay. Oblivia ist unser Zielort. Und in Oblivia müssen wir nach da. Und da in der Nähe habe ich sogar einen Knotenpunkt. Bei? Bei, wie komme ich da hin? Ach nee, muss... Ach du Kacke. Ja, in der Nähe, da habe ich Knotenpunkt, aber da ist die fette Schlucht in der Mitte. Und wenn ich, naja, nach Norden rumherum gehe, kann ich einen direkten anderen Wegepunkt nehmen. Oder einen Schnellreisepunkt. Weil wenn ich da andere Seite vorbei will, mal so direkt den Weg, ist dann eine richtig fette... Also zum einen ist da im Süden die Schlucht. Und im Osten, da wo ich hin muss, ist dann wunderschön erstmal so was Tolles aufgebaut. Aka ein Gebirge. Ha. 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 Deswegen, geh mal von diesem Punkt aus. Und ich glaube, ich werde nicht alles rausschneiden in dieser Folge, weil... Hm, geh mal ein bisschen erkunden. Au. Und sobald ich sehe, von... Ja, dahinten... Da wäre ich reingekommen, wenn ich da den Punkt genommen hätte, aber ich muss ja nicht da lang gehen. Nehmen wir diesen Punkt und laufen hier direkt mal vorbei. An diesem Gebirge, weil ist nicht viel, ist nicht weit, ist schon ein bisschen schwimmen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass in Oblivia einem Ort der quasi nur aus Wüste besteht, der wahrscheinlich total hitzig ist und widerlich warm. Ähm, dass es da so Wasserquellen gibt, hätte ich echt nicht gedacht. Zumal hier kaum was wächst an Pflanzen und so. Hm, da, 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 da. Ach, schau an, was hier rumläuft. Ein Erdreich, Zektin Sulla. Scheißvieh. Nicht unter der Erde, wa? Mistvieh, du. Ach, ich habe so einen Hass auf die weil wenn man auf dem, wenn man einfach auf dem selben Level ist wie die und man unter denen steht mit, äh, nicht passender Ausrüstung, man ist einfach tot. Man muss die unten angreifen, damit man die schwächen kann, weil das ist ein Schwachpunkt. Wenn man die angreift, droht. Das ist sau uncool. Mann, die sind so viele von diesen kleinen Mistviechern. Ich meine, von diesen süßen kleinen Mistviechern. Und da vorne ist ein Tektulla. Die sehe ich schon im Boden da vorne rumhänkeln, ey. Mistviecher. So viele Mistviecher. Und ich mag auch nicht in die Reichweite von Dingen gehen, weil das ist echt ein unangenehmer Kampf, den man dann führt. Und hier vorne nochmal Biologie. Sieht aus wie Biologie 1. Es ist Biologie 1. Ja, super. Erhalten ziemlich viele Sachen aus unseren Ressourcen, die wir haben. oder Depots, wie auch immer. So, wo müssen wir denn hin? Oh nein, hier ist wieder diese komische Sandkacke da. Letztes Mal, als ich in Sandgebieten war, da war es nicht so toll. Da ist es dann, Achtung, laute böse Musik und renn am besten, soweit du kannst. Denn da ist ein fetter Tyrann. Mit irgendwie Level 60 oder so. Der einen mit Brüllen tötet. Das war nicht angenehm. Das war nicht angenehm. Das ist aber recht schön hier. Ich gehe nochmal zum Wasser da vorne hin. In der Hoffnung, dass da ein Reisepunkt ist. Ach, wir müssen sogar da hin. Zum Wasser. Ich habe da hier einen schönen Punkt ausgesucht zum Stracken, was? Nein, im Ernst. Geht auch ein bisschen baden. Da vorne sind nur Level 27er, ein Wasser, die einen angreifen werden. Aber hey, da habe ich auch tolle Gefährten hier gefunden. Puttermus. Sind das irgendwie ich weiß nicht. Die erinnern mich an irgendwas. Ich weiß nicht warum oder an was. Hi, Saden. Oh, Moment. Da vorne. Was ist das? Ist das der große, fette Hartmutterschreckliche? Der fliegt doch hier vorne vorbei. Okay. Gut zu wissen. Aber auch gut zu wissen, dass er nicht aggressiv ist. Ich finde gut, dass er nicht aggressiv ist. Es wäre sauübel, wenn der uns angreifen würde, hier zu dem Zeitpunkt. So, Saden. Was geht? Du Parfinder. Wo ist Lau? Erschluchtig, ey. Man, you guys really saved our bacon. Now we can finally get back to work. You have our thanks. And I'm sure Lau's as well. Don't mention it. We're just doing our job, same as you. Do you guys have any idea where Lau is? Or why he just up and left like that? No idea. And even less of an idea when he'll return. I'm sure he's just giving us a chance to grow. Sure he is. What? Don't give me that look. I still trust him. Mostly. Hey, I'd be pretty upset if someone forgot to restock and then left me stranded. Actually, that was our mistake, not his. He just left us deadweights behind while he finished the job. He's always been like that, actually. Always? Wait, you must be... Sidon, ma'am. I've been working with Lau since we were back on Earth. Truth be told, he's the only reason I ever made it into Project Exodus. Without his recommendation, I'd be long dead. Me and Mondo worked on the Frontier Nav development team. Needless to say, we've been big fans of Lau's ever since. Oh, I'm Shingo, by the way. And that there is Mondo. I had no idea you guys had such respect for Lau. I'm sorry if it sounded like I was badmouthing him. Anyway, are you all set here now? Oh, we should be fine. Except... Except... what? Well, we still have a probe to place, but the location is swarming with indigents. We usually let Lau do most of the fighting, and by most, I mean all. If that's the case, we'd be happy to escort you. Really? Wow! It'd be an honor to work with your team, ma'am. We'll move as fast as we can. Hmm, Tatsu getting oddly similar vibe from these two. Von welchen beiden? Von den beiden hier vorne? Von Mondo und, äh, Shingo, oder wie der hieß? Hm. Okay. Sprechen wir noch kurz mit Zayden. Weiß, Zayden, was geht. Es ist mir unangenehm, es zuzugeben, äh, es zugeben zu müssen. Aber ohne Lau sind wir machtlos gegen die Kreaturen hier. Ihr seid wirklich unsere Rettung. Genau was über eure Gegner erkläre ich dann euch vor Ort. Okay. Fürs Erste würde ich euch gerne bitten, uns den Weg dorthin freizukämpfen. Der Knotpunkt befindet sich südlich von hier. Okay, südlich. Gut zu wissen. Moment. Hinter Wasser. Mist. Ach, das ist ein weiter Fußmarsch, ey. Fußmarsch. Hahaha. Ach, ist das herrlich, ey. Uh, schau mal, hier vorne ist ein Punkt. Ein Außenposten. Außenpostenpunkte. Ich liebe sie so sehr. Gerne da schlund. Hey. Na gut, dass ihr eigentlich mal einen Außenposten hier habt, ne? Da kann ich von hier immer nach da vorne zu Hartmut schauen. Dem Schrecklichen. Ich finde ihn nicht so schrecklich. Ich finde ihn super. Aber es wurde einer der Superbosse und Superbosse sind. Generell geil. Und ich würde gerne irgendwann mal, wenn ich genug Taktiken drauf habe und so weiter und meinen eigenen Scale habe, den mal irgendwann mal töten. Einfach nur aus Jux und Dahlerei. Sperrpugelliften. Nope. Wo muss ich die Sonne denn anbringen? Da oben? Sicherlich nicht da oben, aber da oben sind Sachen. Reisepunkt. Schieferring. Oh. Okay. Ich meine, okay. Oh, das sind Level 22er, Dinger. Sag mir nicht, ich muss wirklich hier hoch. Das wäre ja lächerlich. Aber auf dem Weg hier hoch. Nehmen wir mal. Uh, wir haben Sternschauer. Ich habe gerade gefragt, was ist da oben für ein Datendingens? Äh, für ein Wetter, aber wir haben Sternschauer. Sternregen oder sowas. Jo. Wünscht euch was. Wünscht euch was. Aber sagt es nicht. Ihr könnt es so wenigstens schreiben. Das ist, äh, das ist legal. Das darf er machen. Nein. Nö. Eine Blizzard Avaris. Hau ab, Alter. Hau bloß ab damit. Die Dinger sind bösartig. Ich musste ja zwei von diesen Avaris Dingern töten. Für diese tolle, ja, Mission. Für die Manon. Oh, Level 40. Oh Gott. Ähm. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass das echt unangenehm war. Ähm. Aus dem Grund, was ist das denn hier? Biologie 1. Okay. Aus dem Grund, dass die Dinger, selbst wenn man ein Level höher ist, einen mit ihrer Sperr, ich nenne es einfach mal Sperr, äh, Dreherattacke, quasi ein Hornbohrer, einen mit einem Schlag töten können. Es war nicht angenehm. Nicht. Nicht beim, nicht beim Geringsten. Und hier unten muss es sein. Punktlandung. Peng. Erfohrend. Wir würden uns diesen Probe einfach über hier stellen. Entstanden. Wir werden das Kampf behandeln. Ich kenne Sie, wenn die Umgebung sicher ist. Mann, Elma ist unglaublich. Sie ist so stark und professionell und schön. Tatsu weiß, wie ein Freund fühlt. Keine Chance, dass sie eine effektive und nützliche Lumpen sein. Danke. Ich habe nur... Warte, wer kenne Sie, eine nützliche Lumpen? Tatsu ist ein wahrer... Ein wahrer, wahrer, wahrer David. Nutzloser Lumpen, sagt er zu dem. Ist klar. Oh. Die Dinger haben Lämpfe 16 nur? Wirklich? Und die muss ich weghauen. Sechs davon. Das können wir auch rechnen. heiter werden. Oh, ich bin nicht mal in Reichweite. Ein bisschen schwäch. So kommen wir ein bisschen Punkte dazu. Spalt. Hat Vorfax. Okay. Sollte machbar sein, denke ich. Bin zwar nur... What? Läden ist die und auf einen und von einem ist der Fehler abgebrochen. Was? Ich weiß nicht, was es heißt. Und es verwirrt mich ein bisschen. Aber so wie es gerade scheint, muss ich wirklich gar nichts machen in dem Kampf. Nicht mal irgendwie heilen oder so. Einfach nur angreifen, töten. Das kommen alle halt, Noch einen Punkt eventuell, den wir angreifen können? Ich sehe keinen. Gut, dann können die die englischen zweiten Kull da vorne, ne? Attacke unterbrochen und schließen durch. Passiere die Schlucht nach Süden. Das kriegen wir hin. Fühlt gerne sehen, ob da irgendwas drin ist da oben oder ob es einfach nur leere, nichts ist. Nö, ist nichts drin. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Riesige Kakteen sind hier. Ich hoffe, das sind keine Monster oder so. Das wäre ekelhaft. Hey, Kate. Oder Kite. Das sind eine Menge Kakteen. Das sieht wirklich aus wie ein Bosskampf-Areal. Ops, da vorne ist eine Höhle. Na, ich sehe das doch. Komm. Lass mich da hoch. Jawohl. Reisepunkt. Roonies Höhle. Ha. Wusste ich es doch, dass es hier ein Reisepunkt sein muss. Wäre es auch zu schön, wa? Oh, hier ist Finster drin. Obwohl da Licht ist. Höhle, 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 Höhle. Gut beleuchtete Höhle, muss ich sagen, aber es könnte auch irgendwelche Viecher anziehen. Nicht, dass ich dem ganzen Braten nicht traue, aber hey, man weiß ja, in der letzten Höhle, in der ich drin war, war es nicht so schön. War ein bisschen unangenehm. Könnte sein, dass hier wirklich nachts irgendwas rum kreucht und fleucht. Ich will ihm ungern begegnen, was hier rum läuft und kreucht und so, ne? So, dann sind wir am Punkt, wo wir hin müssen. Hier unten, da müssen wir eine Sonde anbringen. Mitten da, wo die Wüste ist. Sehr, sehr angenehm. Wow, you carved through those guys like butter. That's amazing. We'll get right on installing the dataprobe, ma'am. And we'll keep an eye on the area so you can focus on your work. things Things seem to be going well. Thanks to you, we should have this baby ready to rock in just a a few minutes. Ich kann nicht auf die Fläche spielen. Was machst du? Drei Geräte von Händen werden das schneller als einer gemacht, richtig? Danke, Leute. Elma! Komm schon, lass uns das Ding wegziehen. Bestätigen. Sage, dass du alles geben wirst, um die Parfinder zu verteidigen. Spruchreißen. Sage, dass du Wadenbeißer wie den da noch vor den Frühstücks verdrückst. Wow. Ähm, ja, wir müssen die verteidigen, weil Sprüche... wenn wir Sprüche reißen, doof. Bringt uns nichts. Was? Confidence? Lass uns das zu arbeiten. Warum? Warum? Und Tatsort schlafen. Ja, das Ding ist ein bisschen größer. Ah, verfehlt. Mist. Ich möchte nach Möglichkeit... Ah, der versteckt seine Augen. Schlaus, Mistvieh. Äh, nicht auf mich gehen, du Arsch. So, Aura an. Hm, vielleicht kann man den übernehmen. Ich glaub zwar nicht dran, aber das wäre lustig. Laser. Ja, guten Schaden gemacht. Wir müssen die Hände runterhauen. Ah, und wir müssen definitiv Lin heilen. Wow, der macht echt guten Schaden auf Lin, das muss ich echt mal sagen. Unangenehm. Was? 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 Oh, der ist auch gelbende Sau. Das ist wirklich ekelhaft, was der Schaden ist auf Lin. Obwohl sie Rüstung hat. Und zwar nicht gerade wenig. Aua, der hat mich angepackt. Von der Weih. Laser und noch mehr Laser. Wir müssen die Hände kaputt machen. Auch wenn es ordentlich lange dauert, aber wir müssen die kaputt machen. Geben diese Hände ab. Ah, sehr schön. Da gibt es einen anderen Punkt, den ich angreifen sollte, vielleicht. Schau. Au. Wow. Merkel, stehe nicht vor dem Boss. Das ist quasi MMO 1x1. Äh, für jeden, der es nicht weiß. Stehe nicht vor dem Boss. Lass den Tank alleine vor dem Boss stehen. Außer der Boss hat einen Cleave, den man abfangen muss. Den, den der nicht hat. Aber gut zu wissen, dass anscheinend die beiden... Oh, die haben sich wieder überlebt. Sehr schön. Danke. Merkel, auf die Fresse gehen. Die sind beide auf die Fresse gegangen und die mögen irgendwie... Die mögen irgendwie den Schaden auf den zu machen, da vorne. Wow, das war schnell. Alter, was zum Teufel? Der kann seine Finger ausfahren. Wissen, verarschen oder so. Spiel ist uncool. Spiel ist wirklich uncool. Spiel ist uncool. Spiel ist uncool. Schade ist uncool. Schade ist uncool. Ja, da hat man es gesehen, was ich gerade angesprochen habe. Von wegen, dass es klarer Blödsinn ist, wie der teilweise einen trifft. Ich bin in Trouble. Höhle mich. Wie soll man das mit Level 19 schaffen? Das ist doch unmöglich. Das Ding ist ja blödsartig. Ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen, aber es ist einfach nur blödsartig, ey. Auf die Schwachstelle im Gesicht. Das funktioniert irgendwie am besten. Warum auch nicht? Holy fuck, wirst du mich verarschen? Oder was? Komm doch vor. Den ganzen Kampf über. Keinen Schaden. Keinen Schaden. Und keinen Schaden. Keinen Schaden. Keinen Schaden. Nicht mal bei diesem komischen Angriff, der gemacht hat. Keinen Schaden. Ganz Zeit über. Hör mal Pumpto. Lächerlich. Lächerlich. Das war ein Witz. Ist das ein Witz ist das, ey. Oh mein Gott. Wir haben es gleich. Ein Angriff noch. Ein großer Laserangriff. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Laser. Laser. Stier. Was hat er nichts gemacht? Gar nichts an seinem Leben. Sei besiegt. Holy shit. Und. Sideslash. Oh, endlich. Oh, endlich. Oh mein Gott. Hat so lange gedauert. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Looks like the probe is up and running. Now data from this area can be uploaded to Frontiernav. It wouldn't have been possible without your help. No kidding. The rumors don't do your team justice. Don't sell yourselves short. It was your team as much as ours that saw this mission through. Tatsu definitely gets similar vibe from these two. Was that all you needed then? Yes, we're all good now. We'll finish a few calibrations and then head back. Alright team. Move out. Yes man. Truth be told. We saw this coming. Und. Ich hatte Kate bei. Da vorne. Für ein paar Versuche. Hat gut funktioniert. Echt gut funktioniert. Hat einen Versuch, wo ich keinen Schaden hatte. Immer über 90% mit allen Charakteren war. Und auf einmal Handattacke alle tot. Und wir so. What the fuck. Aber gut. Wir sind durch. Endlich mit dieser Mission. Nur noch abgeben. Und dann können wir den nächsten Part. Ich denke mal können wir anfangen mit den nächsten. Mit dem nächsten Kapitel. Das heißt. Einmal kurz nach. NLA. In den Verwaltungsbezirk. Ähm. Wohin? Da hinten hin. Zur Straße der Division. Da wo die Parfinder ihre Garagen haben. Und auch wo Lau eigentlich zu finden sein sollte. Zu der Zeit. Zu dem Zeitpunkt immer. Außer der ist immer noch nicht angekommen. Was ich echt mal. Wovon ich ausgehen könnte. Und es regnet. Ach ne. Stürmt. Äh. Wo gehen wir ab? Da vorne gehen wir ab. Da vorne ist Mondo. Ein Mondo. Ashingo. Äh. Da geht's weiter. Mit dem Ladevorgang. Juhu. Yeah. Was? Lau kam zurück, nachdem wir geblieben? Klassische Zeitpunkt, hm? Wir haben ihm alles erzählt, wie du den Tag schraubst. Alles, was er gesagt hat, war sicher, dass er ihm dankbar ist. Dann hat er wieder wandert. Wer weiß, woher. Never a dull moment with that one. That's how it should be. Better than the alternative, anyway. I hear you. I haven't forgotten how he was when we first got here. What do you mean? Lau's skills as a Pathfinder are pretty special. They're going to help humanity carve out a life here on Mira. But he didn't board the White Whale because he thought he was useful. He... He... He did it so he could get his wife and daughter on the ship. He thought his abilities would permit his family passage. But... They didn't make it on board. Right. War hit right before he would have suffered. Oh. Those were some dark days for him. Lau was empty. Like his soul was just... gone. I don't know what he's been doing lately. Whatever it is, it gives him purpose. It's good to see him again. Not that it makes getting left behind any easier. I've told you a hundred times already. If you had better skills, Lau wouldn't need to worry so much. I... Yeah. You guys really do love him, don't you? But no one loved their leader more than Team Tatsu Love Alma. No one! Allerdings ist Lau schon wieder irgendwohin verschwunden. Ja, wohin? Das weiß keiner. Also, wir nicht. Du hast Speertechnik Balancebrecher erlernt. Oh, Speertechnik. Können wir nicht verwenden. Wir haben keine Speere. Segment im Geschäftsviertel wurde... Was? Im Geschäftsviertel? Ich schau kurz aufs Gamepad. Also auf die Karte. Geschäftsviertel... Äh... Neu. Neu. Neu, eine neue... Okay. Eine neue Harmonie-Mission für Level 24. Und... Man braucht Harmonie mit Lau. Aber er ist selber gesperrt. Ha, lustig. Und Kapitel 6 muss man abschließen. Ich mach an, das ist die Mission, die man braucht dann für Kapitel 7. Im Anschluss dann. So, wir gehen noch kurz ins Blade. Und... Oder in... Die... Blade-Zentrale hier bei uns hier. Blade-Barracks. Wie auch immer. Und... Da beenden wir den Part. Ähm... Oh, da vorne steht da was. Oh, da vorne steht da was. Aha. Ach Gott. Nordosten von Kaldros. Ja, viel Spaß da hin zu gehen. Ich hab keine Lust da drauf. Das ist das letzte Gebiet, wo wir hin müssen. Ha. Oh Gott. Oh, man. Eine Stunde 25 jetzt schon aufgenommen. Davon geht bestimmt... Ja, ungefähr eine Stunde drauf. Ja, nicht unbedingt eine Stunde. 40 Minuten, 50 Minuten für den einen Kampf gegen dieses fette Megavie drauf. Aber nur gut. Wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich das Kapitel weiterzuführen. Ähm... Zu viele... Charaktere. Heißt, ich muss L wieder rausschmeißen. Hab L nur mitgenommen für die... Für den Kampf. Ähm... Und sonst nichts. L... Tschüss. Bye, bye. Du warst ein guter Kämpfer. Auch wenn krass unterlevelt er war. Echt... Hat echt gut geholfen, der Kollege. Nun gut. Ich würd sagen, im nächsten Part gehen wir das... Nächste Kapitel an. Kapitel 6. Und... Das wird wahrscheinlich ultra lustig werden. Ich hoffe zumindest. Nun denn. Ich bin raus. Ich wünsch euch noch einen wunderschönen Tag. Und nichts vergessen. Bleibt euch treu. Und bis dahin. Auf Wiedersehen und... Ciao, ciao.